Was sagte einst ein bekannter Mann auf YouTube, der seine Zuschauer begrüßte? Hallo, hey, meine sexy Lords und Ladies, heute geht's um Zeit, also bleibt dran. Den Gamern unter euch dürfte es ziemlich vertraut vorkommen, wenn man beim Zocken komplett die Zeit vergisst. Während man auf die Tasten hämmer diese mal trittiert und die komplette Aufmerksamkeit auf ein Bildschirm gerichtet hat, ja, kann es passieren, dass Situationen wie diese zum Beispiel passieren. So, ach, der Simon kommt erst in einer halben Stunde, da kann ich ja noch ein bisschen tschocken. 20 Minuten später. Endlich da. Ich bin doch pünktlich, warum ist der nicht da? Kommt der ja gleich. Zwei Stunden später. Drei Stunden später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ja, komm, komm, komm. Joss, wuhu, endlich geschafft. Fuck, ey. Huch, wie schön. Geil. Oh, der müsste doch schon längst da sein, als sie klingelt. Mal schauen. Lieber Gott, wenn ich das überlebe, ich verspreche dir. Hey, da bist du ja endlich. Ich hoffe, du wartest noch nicht so lange auf mich, oder? Nicht so lange, ich warte hier schon seit elf Stunden auf dich. Ups, ja, sorry, aber ich hab komplett die Zeit vergessen, aber ich bin ja halb so wild, jetzt bin ich ja da. Also komm rein. Halb so wild, halb so blöd. Jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn das passiert, dann ist das ja schon ungefähr ein saugeiles Game. Ein Spiel, das unsere komplette Aufmerksamkeit und Konzentration regelrecht aufsaugt, muss ja geil sein. Aber wie schafft das so ein Spiel und welches Phänomen steckt dahinter, das haben Psychologen untersucht und dafür gibt es sogar einen Namen, nämlich Flow. Und was Flow mit Langeweile und Angst zu tun hat, welche Voraussetzungen nötig sind, um Flow zu erreichen und was Flow überhaupt ist, das seht ihr jetzt gleich sofort. Flow haben bereits 1970 Psychologen untersucht, bei denen man herausfand, dass die Skills einer Person sowie auch die Schwierigkeit eines Games miteinander interagieren, sodass am Ende verschiedene emotionale und kognitive Reaktionen die Folge sind. In einer Grafik dürfte es aber durchaus verständlicher sein, und zwar, eine Frau darf ein wenig verrückt sein, wenn sie im gleichen Maße heiß ist. Wenn sie so irre ist, ne, Moment, das war was anderes. Was war das nochmal? Okay, okay, neuer Versuch, wo ist die Grafik? Ah! Wenn die Skills eines Spielers quasi zu schlecht sind und die Aufgabe im Spiel einfach zu schwer, dann bekommen Menschen Angst. Sozusagen Angst. Aber alternativ heißt es auch, wenn die Aufgabe zu leicht ist und die Fähigkeit einfach zu hoch ist, also das Spiel komplett zu leicht ist für einen, dann wird Menschen langweilig. Aber wenn man in der Mitte ist und die Fähigkeiten eben zum Schwierigkeitsgrad des Spiels passen, dann kann Flow entstehen. Aber wodurch definiert sich Flow und was passiert mit uns, wenn wir in dem Flow-Zustand sind? Naja. Als allererstes sind wir extrem fokussiert auf das, was im Computerspiel passiert. Während wir Flow erleben, haben wir das Gefühl, bewusst und aktiv die Kontrolle über irgendetwas zu haben. Hahaha, jetzt hab ich nicht. Haha, wie willst du denn zu deiner rauskommen? Hahaha. Unsere Handlung und unser Bewusstsein verschmelzen komplett ineinander, sodass während dem Zocken schon mal die Gesichtszüge extrem entgleiten können. Man vergisst für einen gewissen Zeitraum seine alltäglichen Sorgen und verliert sogar das Bewusstsein für sich selbst. Wie am Anfang des Videos kommt es eben auch vor, dass man komplett das Zeitgefühl verliert. Und das, was im Game passiert, wird zum Rechtfertigungsgrund, warum wir das Spiel jetzt weiterspielen müssen. Hey, mach mal die Tür auf. Gruß Simon. Nein, ich kann jetzt nicht. Ich muss das Level noch fertig machen, Mann. Die erste Voraussetzung ist, dass wir konkrete Ziele und Regeln brauchen, wie wir bestimmte Techniken im Spiel anwenden müssen und wie wir Ziele eben erreichen. Ist ja auch ganz klar, wenn man nicht weiß, was die Ziele von einem Spiel sind, bzw. wie man diese erreicht, warum sollte man das dann überhaupt spielen? Hä? Hä? Die zweite Voraussetzung, um Flow zu erleben, ist, dass die Ziele auch zu den Fähigkeiten von Spielern passen müssen. Wenn Gamern nämlich nicht in der Lage sind, Ziele zu erreichen, obwohl sie die Ziele und Regeln kennen, dann heißt es, nichts Gutes für das Spielerleben. Die dritte Voraussetzung ist, dass man korrektes, klares und vor allem richtig getimtes Feedback vom Spiel bekommt. Man muss wissen, war das, was ich jetzt gemacht habe, richtig? Oder brauche ich genau diesen Gegenstand für mein Inventar? Oder was muss ich jetzt machen, um ein gewisses Achievement zu bekommen? Die vierte Voraussetzung ist aber auch sehr wichtig und zwar müssen wir uns von Dingen, die uns ablenken können, die unser Spielerleben stören können, davon müssen wir uns irgendwie abschirmen können. Das heißt, man macht am besten das Handy aus, man schmeißt seine Katze aus dem Haus und sperrt die Mutter in den Keller. Oh ja. Flow ist aber nicht unbedingt gamespezifisch. Flow kann man so ziemlich überall erleben. Sei es beim Sport, sei es beim Zeichnen, es passiert überall bei Dingen, die man gerne macht. Also sowohl Gamer und auch die anderen haben ab sofort die Möglichkeit, mit diesem Video eine Ausrede für sich zu finden, wenn sie mal wieder zu spät sind. Also, gern geschehen. So Leute, das war es mit dem ersten Video des neuen Formats der Gaming-Psychologe. Und schreibt mal unten in die Kommentare, wo habt ihr denn schon mal Flow erlebt? Und wenn es beim Spielen war, also beim Gaming, dann welches Game war das? Würde mich mal echt interessieren. Und wenn ihr das Video bis jetzt ausgehalten habt, dann habt ihr offiziell von mir das Achievement, dass ihr es auch tatsächlich bis hierher geschafft habt. Und durch dieses Achievement scheint ihr, äh, äh, befähigt, diese Videos jetzt noch anzuschauen und zumal diesen Kanal zu abonnieren. Ist das nicht großartig? Oh mein Gott. Naja, ich wünsche euch noch einen geilen Tag hier auf YouTube. Macht's Jude, haut's rein und tschüss, tschüss. Tschüss.